Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute was Besonderes. Ich habe einen Gast bei mir auf meinem Kanal, die liebe Julia. Sie ist nämlich Darm-Expertin seit 15 Jahren. Und wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich sehr ganzheitlich denke. Und darum sprechen wir heute über das Thema Darm und die Haut. Und ich freue mich sehr, dass Julia heute dabei ist. Hallo, liebe Julia. Hallo, Nadja. Danke für die Einladung. Freut mich sehr. Sehr gerne. Du kannst gerne mal deinen Werdegang erzählen. Also bist du zur Darm-Expertin geworden? Was machst du so? Genau, das würde mich sehr freuen. Okay. Ja, ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Hotelfach. Also ich habe Hotelfachschule gemacht und habe auch in Hotels gearbeitet. Was natürlich schon so ein bisschen vielleicht die Liebe auch zum Essen erklärt und zum Gutessen. Und ich glaube, das hilft auch vielen Kundinnen und Kunden von mir, dass sie wissen, okay, obwohl in Anführungsstrichen ich sage, man soll gesund essen, ist es eben doch wichtig, dass man gerne isst und gute Sachen isst, die auch gut schmecken. Und ich finde, das schließt sich nicht aus. Und nach der Hotelfachschule habe ich verschiedene Jobs gemacht. Eben erst im Hotel, dann im IT-Bereich und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und mein Mann, also wir haben in einem Fitnesscenter gearbeitet, ich im administrativen Bereich. Und er war halt damals schon Ernährungscoach und hat mit Athleten gearbeitet. Und ich habe dann angefangen, ihm zu helfen, erst an den Wochenenden. Wir waren oft an so Sportanlässen, weil er sehr viel mit Athleten gearbeitet hat. Und sein Thema war damals Blutanalyse und feststellen, was für Mängel die Leute haben, also was für Vitaminen und Mineralienmängel. Und hat dann aufgrund dieser Analysen persönliche Vitaminmischungen zusammengestellt. Das war so der Anfang, wie wir angefangen haben. Und dann ist immer mehr dazugekommen. Irgendwann haben wir eine eigene Praxis eröffnet und sind über jemand anders auf ein Abnehmen-Programm, sage ich jetzt mal, gestoßen, was sich Metabolic Balance nennt. Und so habe ich dann angefangen, halt da zu coachen. Habe eine Ernährungscoach-Ausbildung gemacht und habe ganz vielen Menschen geholfen, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Und das hat super funktioniert. Es hat sich auch sehr schnell rumgesprochen, weil die Leute natürlich Erfolg gehabt haben. Und wenn jemand abnimmt, fragen alle, ja, wie hast du das gemacht? Und so sind die Leute dann immer mehr zu mir gekommen. Und mein Mann hat parallel dazu weiter mit diesen Blutanalysen gemacht, Vitaminen, und hat irgendwann festgestellt, dass die Leute, obwohl sie Vitamine genommen haben, keine verbesserten Blutwerte hatten. Also sie haben zwar sich besser gefühlt mit den Vitaminen, aber irgendwie oftmals sind diese Blutspiegel nicht besser geworden. Und dann hat er sich gedacht, irgendwo muss da ein Leck sein. Und das Leck war dann halt der Darm. Und so sind wir auf das Thema Darm gekommen. Das war, ja, ich würde mal sagen, vor ungefähr 15 Jahren haben wir dann ganz intensiv eigentlich das Thema Darm mit aufgenommen in unserer Praxis und haben dann irgendwann gesagt, ja, diese Blutanalysen machen für uns gar nicht mehr so viel Sinn. Wir fangen wirklich mit Stuhlanalysen an und haben dann eigentlich den Fokus wirklich auf den Darm gelegt. Und dann haben wir irgendwann halt auch Produkte gebraucht, um die Menschen, wenn wir jetzt eine Analyse gemacht haben, dann haben wir gesehen zum Beispiel, sie haben zu wenig Milchsäurebakterien oder irgendwie ein Ungleichgewicht im Darm. Und dann haben wir halt Produkte gesucht und sind dann auf die Arktis BioPharma gestoßen in Deutschland und haben so dann diese Produkte eigentlich für unsere Kunden in die Schweiz geholt. Und dann haben aber auch andere Therapeuten angefangen zu fragen, hey, mit welchen Produkten arbeitet ihr, können wir die auch haben? Und so hat das dann dazu geführt, dass wir die Schweizer Vertretung der Arktis BioPharma übernommen haben und halt jetzt diese Produkte vertreiben. Irgendwann haben wir dann gesagt, ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen auf eins konzentrieren. Entweder wollen wir coachen oder wir wollen Produkte und haben dann jetzt im Moment erstmal eigentlich den Fokus auf die Produkte gelegt. Und jetzt so langsam schließt sich der Kreis und unsere Mitarbeiterin von damals, die Milena, ist wieder zurück im Team und sie bietet jetzt auch wieder Coaching an. Also haben wir jetzt eigentlich wieder das Ganze, was wir früher schon mal hatten, vereint einfach unter dem Namen Arktis BioPharma Schweiz. Sehr spannend. Also wir haben uns ja kennengelernt auf einer, also kann man, wie sagt man, kann man das sagen, in einer Weiterbildung und nicht auf einer Online-Weiterbildung. Und ich finde das so schön, dass wir einfach unsere Werte, die sind einfach, ja, die greifen ineinander. Das finde ich einfach mega, weil ich sehe es ja auch ganz heidlich. Du siehst ganz heidlich. Und jetzt gerade die erste Frage. Wie siehst du es, also warum beeinflusst die Gesundheit unseres Darms, also die Gesundheit unserer Haut? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Also ich beschäftige mich erst, also ja, auch von vorher, aber ich sehe die Kosmetik für die Haut gleich wie eine ganzheitliche, also wie eine ausgewogene Ernährung. Und jetzt, das ist sicher ganz spannend für meine Zuhörer. Ja, also es spielt ja, also alle Organe haben ja sowieso irgendwie einen Zusammenhang. Also wie du selber sagst, wenn man es ganzheitlich anschaut, dann weiß man, dass alles miteinander verbunden ist. Und es gibt dieses Sprichwort, die Gesundheit liegt im Darm. Und für mich ist der Darm halt tatsächlich die Wurzel. Also wenn wir ein Baum wären, dann wäre der Darm unsere Wurzel. Und jeder weiß, was mit dem schönsten, größten, stärksten Baum passiert, wenn er an der Wurzel ein Problem bekommt. Er geht ein, also das funktioniert dann nicht mehr. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Also die Nährstoffe, die wir brauchen, zum Beispiel für unsere Haut, ja, jeder weiß, wir brauchen Vitamin A, wir brauchen Vitamin E, wir brauchen Vitamin C etc., um eine schöne Haut zu haben. Und diese Nährstoffe bekommen wir über die Nahrung. Die Nahrung geht in den Darm. Dort wird es sozusagen zerkleinert. Und die Nährstoffe werden rausgezogen. Und so geht das über das Blut dann auch wieder zurück, zum Beispiel zur Haut. Und wenn jetzt an dieser Aufnahmestelle sozusagen was nicht funktioniert, also diese Vitamine zwar gegessen werden, aber eben nicht aufgenommen werden können, durch einen limitierten Darm, dann kommen die auch niemals in der Haut an. Das ist mal so eine Begründung. Das andere kann man schon fast sagen, ist eigentlich genetisch bedingt. Also die Haut und der Darm entstehen wohl aus derselben Embryonalschicht. Also das ist schon von Anfang an, wo der Mensch entsteht, miteinander verbunden. Es gibt auch eine sogenannte Darm-Haut-Achse. Also viele haben schon von der Darm-Hirn-Achse gehört, aber es gibt eben auch diese Darm-Haut-Achse. Und durch das Immunsystem sind die beiden Organe, also auch die Haut ist ein Organ, halt sehr eng verbunden. Und das ist nochmal eine weitere Begründung, warum das miteinander zu tun hat. Und das Dritte ist, die Haut ist ja ein Entgiftungsorgan. Das wissen viele. Wenn man zum Beispiel ein Basenbad macht oder so, dann kann der Körper über die Haut auch Giftstoffe rausschwemmen. Und wenn jetzt die Entgiftung des Darms nicht richtig funktioniert, weil zum Beispiel du verstopft bist und die Dinge, die eigentlich aus dem Körper raus sollen und wollen, zu lange im Körper bleiben, dann können Giftstoffe wieder rückresorbiert werden und eben dann über Blut, Lymphe etc. auch zur Haut gelangen. Und das bedeutet, die Giftstoffe, die eigentlich raus sollten, müssen woanders raus und gehen dann eben über die Haut raus. Und das kann natürlich auch zu Entzündungen, Ausschlägen etc. solchen Dingen führen. Und dann gibt es noch einen weiteren Zusammenhang. Also die Darmschleimhaut ist bei vielen Menschen auch etwas durchlässig. Also man spricht von durchlässigem Darm oder Leaky Gut. Und das kann dazu führen, dass Stoffe eben auch in den Blutkreislauf reinkommen, die da nicht hingehören. Und dann reagiert das Immunsystem. Und es bilden sich Entzündungen. Und diese Entzündungen, die können dann natürlich auch dazu führen, dass an anderen Stellen im Körper entzündliche Prozesse entstehen. Und zum Beispiel Akne oder solche Dinge haben halt eine entzündliche Natur, sage ich mal, oder Neurodermitis oder solche Dinge. Und so ist auch wiederum ein weiterer Zusammenhang eigentlich. Das ist echt, also ich muss ehrlich sagen, so habe ich das noch gar nicht gehört. Das ist echt unglaublich spannend. Und da kommt mir gerade ein wichtiger Punkt in den Sinn, dass es eben umso wichtiger ist, dass wir so wenig möglich Schadstoffe in unseren Körper reinlassen. Geht es durch die Kosmetik ins Blut, geht es durch Nahrungsergänzung, das ist ja eueres Thema, ins Blut, die allgemeine Ernährung mit Lebensmittelzusatzstoffen. Es gibt ja x Lebensmittelzusatzstoffe, die man, ja, da schaue ich auch drauf. Aber ich muss auch schauen, dass ich dann nicht wieder, dass ich dann nicht irgendwie, man muss dann halt irgendwie auch schauen, dass man dann nicht irgendwie durchdreht, wenn man auf alles schaut. Also weißt du, wie ich meine? Aber es ist so, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit über fünf Jahren mit dem Thema Inhaltsstoffe und das ist einfach krass, wie viele Giftstoffe überhaupt überall drin sind, oder? Ja, natürlich. Und was das für gesundheitliche Auswirkungen dann wieder auf unseren Körper haben kann, oder? Also echt. Ja. Und ja, wenn Entgiftung ein Thema, das ist mir gerade die Frage, Thema Entgiftung, also da muss ich mich jetzt auch mal mit beschäftigen, weil ich halt sehr, ja, ich sage mal, beruflich ausgelastet bin. Hast du da gerade einen Tipp? Also ich denke, da interessieren sich auch viele Thema Entgiftung. Hast du da gerade einen Rat, wie man da beginnen könnte? Ja, also grundsätzlich alles, was du für den Darm tust, hilft bei der Entgiftung letzten Endes. Also je besser, dass deine Verdauung funktioniert, desto besser funktioniert auch der Abtransport. Und alles, was ich empfehle, was du tun kannst für einen guten, gesunden Darm, hilft dir auch für die Entgiftung. Also sprich, regelmäßig essen, aber eben nicht ständig. Also drei Mahlzeiten, zwei bis drei. Und dazwischen Nahrungspausen, weil irgendwann müssen die Organe ja auch Zeit haben, um Nahrung rauszuschaffen. Und wenn wir ständig essen, alle paar Stunden, und viele, wenn sie ehrlich sind und sich mal beobachten, essen tatsächlich alle paar Stunden irgendwas. Und auch wenn es nur eine Handvoll Nüsse sind oder einen Apfel oder irgendwas, aber jedes Mal müssen die Verdauungsorgane ja wieder arbeiten. Und deswegen ist eine große Hilfe schon mal, einfach nicht ständig zu essen. Und damit du das schaffst, also viele Leute können sich heute gar nicht mehr vorstellen, fünf Stunden ohne Nahrung zu sein. Die sagen, ich brauche diese Zwischenmahlzeiten, weil ich sonst Hunger bekomme. Und damit das eben nicht passiert, empfehle ich möglichst wenig Zucker und wenig schnelle Kohlenhydrate, also so Weißmehlprodukte oder eben Nudelnbrot. Auch wenn es sogenannte gesunde Reiskräcker oder sowas sind. Reiskräcker, das ist reiner Zucker letzten Endes. Das sind schnelle Kohlenhydrate. Das geht sofort, geht der Zuckerspiegel hoch. Und dann ist klar, dass ich zwei Stunden später schon wieder Hunger habe. Also funktioniert das Ganze tatsächlich. Am besten, wenn man Dinge isst, die eben nicht ständig diesen Zuckerspiegel nach oben holen. Also irgendeine Kombination von Gemüse, Eiweiß und guten, kaltgepressten Fetten, dann hat man eigentlich eine gute, eine gute, ja, ich sag mal, Grundlage dafür, dass man auch genügend lang satt ist. Und das Zweite, was bei Entgiftung extrem wichtig ist, ist genug Wasser trinken und da vor allem auch auf die Qualität des Wassers achten. Am besten eigentlich gefiltertes Wasser, weil im Wasser eben auch schon wieder sehr viele Giftstoffe drin sind. Ja, eben auch Hormone und alles Mögliche. Da muss ich mich echt auch mal darum kümmern. Das ist das Nächste. Ja, also wirklich unglaublich spannend. Vielen Dank. Dann wäre noch die nächste Frage. Warum kann eine gestörte Darmflora Hauterkrankungen wie Akne und Eczeme verursachen oder verschlimmern? Ich glaube, du hast es vorher so ein bisschen beantwortet, aber du kannst gerne nochmals darauf eingehen, weil, ja, eben, wegen den Schadstoffen, sicher, oder? Ja, eben, genau, alles, was ich schon aufgezählt habe, diese entzündlichen Prozesse, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, was ich noch ergänzen kann, ist eben, also wenn der Körper Nährstoffe nicht aufnehmen kann, das ist sicherlich was vom Wichtigsten. Auch zum Beispiel, du hast vorhin gelächelt, als ich gesagt habe, kaltgepresste Öle, weil du ja auch immer sagst, für die Haut, für die Produkte, das ist wichtig. Aber es ist genauso wichtig auch, dass wir zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren aufnehmen können über den Darm. Und wenn der Darm die Dinge nicht aufnehmen kann, dann gehen sie auch nicht in die Haut. Also dieses von innen eben auch pflegen, das hat wirklich einen großen Einfluss. Dann gibt es halt spezifisch, sage ich jetzt mal, auf gewisse Erkrankungen, also es gibt ja zum Beispiel Psoriasis oder Schuppenflechte, das ist eine Autoimmunerkrankung. Autoimmunerkrankungen gehen sehr oft einher mit einem durchlässigen Darm. Also da ist so ein Zusammenhang zu machen. Bei Akne gibt es, glaube ich, diesen Wachstumsfaktor, der sehr, oder wo man sagt, das hat noch einen Einfluss auf Akne. Und da wiederum ist es, gibt es Bakterien, die den bremsen können. Also wenn zum Beispiel das Bakteriengleichgewicht nicht in Ordnung ist im Darm, dann können quasi die Bakterien überhand nehmen, die dann zum Beispiel auch gewisse Giftstoffe produzieren, die dann wiederum auch so in den Kreislauf reinkommen. Und da gibt es eben wohl Bakterien, die diesen Wachstumsfaktor hemmen oder anfeuern, je nachdem. Und das wiederum kann dann dazu führen, dass eben die Haut reagiert. Also das sind so Mechanismen. Aber ich denke mal, dass diese Entzündungsmechanismen sicherlich eine große Rolle spielen für die Haut. Der Nährstoffmangel eine große Rolle spielt für solche Eczema-Ausschläge etc. Und vielleicht auch etwas, was ich noch nicht erwähnt hatte. Histamin kann ein Problem sein. Histamin kann dazu führen, dass Hautrötungen auftreten, dass Wassereinlagerungen, gerade auch so diese Schwellungen im Gesicht, Quartelbildung, Nesselsucht, solche Dinge können auch durch zu viel Histamin passieren. Und Histamin ist etwas, was ein Botenstoff ist, der eben auch entzündliche Prozesse auslösen kann und der in gewissen Nahrungsmitteln drin ist. Oder das Histamin kann manchmal nicht mehr richtig abgebaut werden, weil Histamin brauchen wir schon. Histamin ist nicht per se schlecht. Das hat auch positive Auswirkungen im Körper. Aber wenn es einen Überschuss gibt und er nicht richtig abgebaut werden kann, weil gewisse Bakterien fehlen, die Histamin abbauen, dann kann es zu diesen Histaminproblematiken kommen. Und das hat dann halt eben auch wieder den Ursprung eigentlich im Darm. Und weil du vorhin das Thema Stress noch so ein bisschen angedeutet hast bezüglich Entgiftung, also Stress hat natürlich einen Rieseneinfluss eben auch auf den Darm und dadurch dann auch wiederum auf die Haut. Ja, sehr spannend, wirklich. Also darf ich fragen, in welchen Lebensmitteln ist Histamin enthalten? Im Brot? Also Weizen ist ein Thema, ja. Ah, okay, gut. Jetzt war ich gerade unsicher. Genau. Aber vor allem auch in gereiften Produkten, also alles, was länger gereift hat, wie zum Beispiel Rotwein oder gereifte Käse, also Hartkäse. dann in Tomaten. Das ist etwas, was viele Leute sehr häufig essen. Also ich kenne Leute, die mögen kein Gemüse und essen stattdessen einfach nur Tomaten zum Beispiel. Das ist... Ich liebe Tomaten. Ja. Aber ich habe jetzt ja nicht so Probleme mit meiner Haut, aber ich liebe Tomaten. Ich bin jetzt so ein Kandidat, der sehr gerne Tomaten isst. Ja. Im Kakao, also Schokolade zum Beispiel. Ja, das sind so... Zitrusfrüchte ist sicherlich auch noch ein Thema. Das ist auch... Fördert auch das Histamin. Ja. Ich glaube, das sind so die Dinge, die mir jetzt spontan einfällen. Da gibt es ganze Listen. Histamin. Vielleicht die Leute sollten hellhörig werden bei Histamin, die eben erstens mal auch Allergien haben. Gerade Allergien können manchmal auch mit Hautproblemen zusammenhängen. Ja, dass man da auch Ausschläge oder solche Dinge bekommt. Also da sollte man hellhörig werden. Die Leute, die ständig eine laufende Nase haben, wenn sie essen. Menschen, die auch Heuschnupfen oder so haben. Da kann Histamin eine Problematik sein. Je nachdem, Kopfschmerzen, Migräne, sowas, kann auch Histamin getriggert sein. Ja, das sind so die Menschen. Und wenn man da unsicher ist, dann lohnt sich durchaus auch mal eine Mikrobiomanalyse, also eine Stuhlanalyse zu machen. Und da kann man zum Beispiel auch messen, ob man einen erhöhten Histaminspiegel im Stuhl hat. Okay, sehr spannend. Ja, sehr hilfreich. Noch kurz, das finde ich auch ganz spannend, die Hormone. Es gibt ja eben, wie ich habe vorgesagt, im Getränk, also im Getränk, im Wasser gibt es Hormone, dann natürlich ganz viel Kosmetik, wie zum Beispiel auch in Sonnenschutz, die haben wir hormonell wirksame Stoffe. Kann das auch, denkst du, kann das auch ein Zusammenhang mit dem Darm haben, dass man eine hormonelle Akne bekommt? Denkst du, kann das auch einen Zusammenhang haben? Weil ich beobachte viele, auch sind, also, ja, Ältere, das klingt jetzt blöd, so in meinem Alter so, dass, wie sagt man dem, Spätakne, sagt man dem, glaubt, dass viele halt auch mit Spätakne, hormoneller Spätakne, zu kämpfen haben. und, ja, das dann halt auch, meinst du, könnte das schon im Zusammenhang stehen, oder? Ja, auf jeden Fall, also, der Darm ist ja auch eine Art Chemiefabrik, kann man sagen, und, also, Neurotransmitter, Hormone, Vorstufen von Hormonen etc., werden teilweise auch im Darm produziert, und, ja, wenn der Darm gestört ist, dann können eben diese, diese Produktionen nicht richtig funktionieren, und von dem her hat, hat das auf jeden Fall einen Zusammenhang, und ich denke mal gerade, was zum Beispiel sein könnte, ist, dass vielleicht auch Frauen in deinem Alter, ähm, heutzutage bekommen die Frauen ja auch später Kinder, das heißt, die setzen die Pille auch später ab, und, die Pille hat ganz klar einen Einfluss auf das Darmmikrobiom, also einen negativen Einfluss, und viele haben, haben bekommen Probleme, wenn sie die Pille absetzen, und das könnte eine der Begründungen sein, das andere ist tatsächlich, ich sage auch immer, ähm, Dinge akkumulieren sich, ja, im Laufe der Jahre, und, was man mit 20 noch gut weggesteckt hat, eben vielleicht, äh, nicht so gesunde Ernährung, mit Fertigprodukten, Zusatzstoffen etc., der Körper kann damit schon umgehen, ein paar Jahre, und typischerweise so ab, ich sage mal ab 30, ähm, 35, 40, ist so die Phase, wo der Körper einfach sagt, jetzt kann ich nicht mehr, also ich vergleiche das sehr gerne mit so einem Holzfass, das füllt sich über die Jahre, aber von außen siehst du nicht, dass es immer voller wird, und gefüllt wird das jetzt halt bei uns, ähm, durch eben Giftstoffe, Hormone, ähm, Stress, Entzündungen, alles, was wir halt unserem Körper antun, er kann das wegstecken, das Fass füllt sich, es passiert gar nichts von außen, das Fass sieht immer gleich aus, und irgendwann, ist das Fass so voll, dass es halt, nur noch, kleine Dinge braucht, eben diesen berühmten letzten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, ähm, und dann kann es tatsächlich sein, dass irgendwas Kleines, dann, verursacht, dass man plötzlich, in Anführungsstriche, Probleme bekommt, und das ist nicht plötzlich, das ist über 20, 30 Jahre gewachsen, und man hat es einfach nicht gemerkt. Ja, das ist schon verrückt, also, Fazit, so wenig Schadstoffe wie möglich, in den Körper lassen, ausgewogen ernähren, auch möglichst, naturbelassen, oder, also, ich denke, das ist das gleiche wie ich, oder, auch wie bei der Kosmetik, wie bei der Nahrungsergänzung, möglichst, wirklich schauen, dass man, ähm, ja, abwechslungsreich ist, aber nicht, äh, ja, halt diese fertigen Produkte, das ist sowieso nichts, also, nicht, dass ich das jetzt nie essen würde, aber es ist sicher nicht unbedingt gut, wenn man das zu viel isst, oder? Definitiv. Genau, also, ähm, ja, ich habe noch mehr Fragen, also, es ist wirklich so spannend, äh, übrigens, liebe, ähm, Zuhörer, ihr dürft gerne eure Fragen auch in die Kommentare schreiben, die werden auch beantwortet, und, äh, ja, unbedingt in die Kommentare schreiben, ähm, gibt es ganz, ich glaube, die Frage hast du jetzt auch schon beantwortet, ich stelle die jetzt trotzdem, vielleicht kannst du noch in die Tiefe gehen, gibt es bestimmte Lebensmittel, die bekannt sind, Hautprobleme zu fördern, um diese auszulösen, also, du hast vorhin gesagt, Histamin ist ein Lebensmittel, gibt es vielleicht sonst noch ein Lebensmittel, was, ähm, ja, vielleicht Hautprobleme auslösen könnte? Also, ich würde mal sagen, die beiden Hauptallergene in der Nahrung sind ja Kuhmilch und Weizen, also, wenn jemand Hautprobleme hat, dass Kuhmilch ein Problem auslösen kann, das wissen viele, ähm, weil es eben auch Entzündungsprozesse im Körper auslösen kann, ähm, viele Menschen reagieren übrigens, die denken, ähm, es ist die Laktose das Problem, und essen dann laktosefreie Kuhmilchprodukte, das ist nicht besser, im Gegenteil, ähm, das kann sogar Histamin noch fördern, die, die laktosefreien Produkte, und das Problem ist oft das Kuhmilch-Eiweiß, und von dem her, ähm, macht man sich da nicht unbedingt was Gutes, wenn man einfach auf laktosefrei umswitcht, weil, ähm, ja, die Entzündungsreaktionen kommen trotzdem, weil das Kuhmilch-Eiweiß ist ja auch in den Produkten noch drin, das mal so als Nebensatz, ähm, Zucker, Süßigkeiten, ist auf jeden Fall was, was der Haut nicht gut tut, und, ähm, wir sind genetisch programmiert auf 30 Gramm Zucker am Tag, und die meisten Menschen nehmen eher so 100 Gramm zu sich, also das ist ein Riesen, ja, also das kann man auch mal einfach ausprobieren, indem man mal aufschreibt, was man den ganzen Tag isst, und da kann man ja, gibt es ja Listen, wo man nachschauen kann, wie viel Zucker ist da drin, ähm, vielleicht mal so als Referenz, ein Apfel hat 10 Gramm Zucker, das heisst, das heisst, ich wollte gerade fragen, gilt jetzt hier auch der Fruchtzucker, oder gilt nur der Kristallzucker, demnach gilt auch der Fruchtzucker, und da muss ich mich auch an der Nase nehmen, das, ähm, ich liebe, ich liebe zum Beispiel Schokolade, das ist so eine Schwäche bei mir, und da kannst du einfach mal rein Interessens halber, kannst du ja mal schauen, wie viel Zucker ist in so einer Reihe Schokolade drin, das kann man hinten lesen, ja, man liest 100 Gramm hat so viel, dann kannst du ausrechnen auf eine Reihe, wie schwer ist die, und dann kannst du es einfach mal für dich, damit du es weisst, ähm, ich sage nicht generell, ist keine Schokolade, sondern sei dir einfach bewusst, wenn du zu der Schokolade dann auch noch Obst isst, oder vielleicht mal noch einen Orangensaft trinkst, oder was auch immer, gell, du bist einfach schnell auf weit mehr als 30 Gramm, und aus meiner Sicht kann man auch einfach mal sagen, ich esse halt nur eine Frucht, und dafür noch ein Stück Schokolade, ja, ja, aber dass man, also es ist wirklich am Ende auch ein bisschen die Menge, die es macht. Ja, sehr, sehr spannend, also wirklich, ja, also, liebe Zuhörer, Zuschauer, und wie ja dieses, also Video, ob ihr das Video sieht oder hört, ähm, bitte fragen in die Kommentare, also vielleicht, ich, im zweiten Teil wäre vielleicht auch noch spannend, weil ich bin jetzt, ich habe jetzt auch ganz viel gelernt, liebe Julia, vielen Dank, und ganz wichtig auch, sie hat, Julia hat einen Podcast, einen Darm-Podcast, da war ich letztens auch dabei, und unbedingt reinhören, also wirklich, ein genialer Podcast, kann ich nur, nur von ganzem Herzen empfehlen, auch alle Infos zu Julia, verlinke ich unten in der, Infobox, und, äh, ja, ich denke, also, wir bleiben in Kontakt, Julia, oder? Ja, gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst, es hat mich sehr gefreut, und ja, ich konnte eben auch wieder ganz viel lernen, und werde jetzt wirklich mal meinen Zucker, meinen Zuckerbedarf tracken, weil ich glaube, ich bin schon ein, da muss ich mich, da muss ich mich wirklich an der Nase nehmen, da, das, das weiß ich. Ja, genau. Ja, also ich, ich denke auch, vielleicht zum Schluss noch, was schon wichtig ist, man muss immer ein bisschen unterscheiden, spreche ich mit einer Person, die gesundheitlich Probleme hat, oder die keine gesundheitlichen Probleme hat, und ich würde das jetzt nicht nur auf die Haut limitieren, sondern auf alles, also seid einfach ehrlich mit euch, und schaut, wo, wo im, im, im Körper habe ich Probleme, wenn Probleme vorhanden sind, dann lohnt es sich auf jeden Fall, äh, die Darmgesundheit mit anzuschauen, weil fast alle, ich sag mal, heutigen Zivilisationserkrankungen haben irgendeinen Zusammenhang mit dem Darm, und dann, ähm, macht es nicht zu kompliziert, esst einfach natürlich, das hast du richtig gesagt, naturbelassen, das ist wirklich super wichtig, und wenn du schon nur das machst, natürliche Nahrung essen, dreimal am Tag, genug Wasser trinken, dann hast du schon, ich würde mal sagen, 90 Prozent abgedeckt. Wenn dann immer noch Probleme da sind, dann sollte man es vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Ja, was ich noch hinzufügen kann, vielleicht, dass natürlich die Lebensmittel nicht mehr so viele Vitamine enthalten, wie vor ein paar Jahren, vor x Jahren wahrscheinlich, oder, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Ja, wobei, also, vielleicht, ich weiß es, ja, ja, das kann schon sein, das kann durchaus sein, aber ich glaube wirklich, dass der limitierende Faktor eben der Darm ist, und, ähm, und dass man eigentlich erst mal schauen muss, dass Vitamine überhaupt erst wieder aufgenommen werden können. Ja. Und da lohnt es sich tatsächlich einfach mal einen Fokus drauf zu legen. Und dann, also, ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir das testen, wenn wir schauen im Mikrobiom, ich würde sagen, 90 Prozent der Leute, die bei uns Stuhlproben eingeschickt haben, haben tatsächlich ein Ungleichgewicht an guten Bakterien, also zu wenig gute Bakterien, ähm, pH-Wert, der nicht stimmt. Und dann ist es halt schon wichtig, einerseits die Ernährung umzustellen, aber andererseits auch zu schauen, dass man dem Körper diese Bakterien wieder zur Verfügung stellt, ähm, damit sich das wieder ausgleichen kann. Und damit der Körper überhaupt erst wieder in der Lage ist, weil es nützt auch nichts, wenn du dann ein Multivitamin oder irgend sowas einnimmst, obwohl wir auch solche Produkte verkaufen, sage ich immer, eigentlich musst du erst den Darm in Ordnung bringen, mit guten Bakterien, ähm, guten Ballaststoffen, um überhaupt den Körper oder den Darm in die Lage zu versetzen, die Vitamine wieder aufzunehmen. Und erst dann... Ja, macht Sinn, ja. Ja. Und wir haben es wirklich oft schon erlebt, dass Leute nur durch Darmbakterien einnehmen und Ernährung umstellen, plötzlich wieder supergute B12-Spiegel hatten, Eisenspiegel, etc. Ähm, also der Körper kann auch aus der heutigen Nahrung schon, glaube ich, noch genügend Vitamine reinholen, aber nur, wenn eben auch gute Darmbakterien vorhanden sind. Ja. Ja, schön. Das ist gerade, ich finde das ein ganz super Abschluss, also nochmals vielen Dank. Also ich denke, das ist, also das ist mega, ich finde das so spannend. Also sieht man einfach, dass der Körper halt wirklich, ja, dass man den Körper einfach ganzheitlich sehen muss. ist also ganz wichtig. Ähm, ja, dann, Julia, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und nochmals vielen Dank. Ich fand es unglaublich spannend. und, sehr gerne. Auch euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao.